Hallo liebe Schalke-Fans, ich freue mich jetzt ein Teil von euch zu sein. Ich freue mich auch riesig darauf, die Atmosphäre im ersten Heimspiel hier kennenzulernen. Und ja, schaut doch mal, wie mein erster Tag hier verlaufen ist. Und ja, ich freue mich. Ich freue mich. Einmal einatmen. 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 Einmal 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 einatmen. Einatmen. Einmal 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 einatmen. Don't, don't, don't